Hey und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast mal wieder und heute wird es mal ein wenig Glastapping geben. Ich weiß noch nicht, vielleicht je nachdem auch noch ein bisschen auf einen Holzgegenstand, den ihr kennt. Und das mache ich aber hinterher mal abhängig, wie ich Bock habe und wie ich gnädig bin, vielleicht auch. Bevor wir dazu kommen, eine kurze Umfrage mal wieder. Bei dem letzten Video hatten ja manche gesagt, wie wäre es mit so einem Fanpost-Unboxing. Das bedeutet, dass ihr mir Briefe schreiben könnt oder sowas, die ihr mir schicken könnt und ich dir mal in einem Video auspacke. Hättet ihr da Bock drauf, würdet ihr das überhaupt machen, weil dann würde ich ein Postfach anmieten. Das kostet 20 Euro im Jahr, also nicht die große Miete. Kein Thema. Nur, wenn das natürlich keiner macht, dann ist es Quatsch. Deshalb bitte einmal da links oder rechts oben in der Ecke einmal angeheuzen, ob ihr das wirklich machen würdet. Aber auch wirklich ehrlich sein, ja sagen oder einfach ehrlich sagen, nein sagen. Ich habe damit kein Problem. Nur, ist ja mir ganz wichtig, wenn das wirklich die Wahrheit ist, weil nur dann kann ich abwägen, ob das überhaupt Sinn macht. Okay. Danke fürs Mitmachen. Und, wie gesagt, Glas-Tipping. Ich habe drei Gläser mal mitgenommen, weil die hören sich alle unterschiedlich an. Ich war verwundert. Ich bin gerade durch das Ganze ausgegangen. Hab nach Gläsern geguckt. Das, das. Und, dann haben wir noch das ganz Große. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem ganz Großen an. Und, ich wünsche euch dabei viel Spaß und diejenigen, die ich gleich verloren habe, weil sie eingeschlafen sind, gute Nacht. Und, ich wünsche euch dabei viel Spaß. 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 Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und, 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 ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020